Seit ein paar Tagen spiele ich Apex Legends und es macht mir eigentlich echt Spaß. Ich würde schon sagen, ich bin ein richtiger Pro geworden und ich mache auch sehr viele Kills. Ob das wirklich stimmt, das könnt ihr in diesem Video sehen. Viel Spaß. Ich würde wieder ein wenig haben, ich habe ihn überkauft. Jawohl. Aber wir sind ein bisschen später raus, egal. Ich gehe auch wieder in das Haus hier, glaube ich. Okay, dann gehe ich in das Haus, dass ich näher bei dir bin. Oh, das ist gar keine Tür. Ich Idiot. Ich habe Spitfire Leben gerettet. Ich habe keine Waffe. Oh, du wolltest gar nicht so schlecht. Ich mache dir nicht mehr. Du wolltest meine Lieblingswaffe, also nicht Lieblingswaffe, sondern die beste, finde ich, von den komischen Energiewaffen. Die wolltest? Ja. Die wolltest die beste von der Energiewer, aber im Gesamsten alle Energiewer waren ja auch scheiße. Das ist richtig. Oh, hinter mir. Ich werde abgeschossen. Fuck, die Waffe ist ja. Oh, man, ich habe so kacke gespielt. Wer, der finisht mich. Der finisht mich, oder? Oh, no way. Kannst du mich, 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 kannst du mich abkranken? Oh, ja, ja. Ach, du gesniped. Oh, shit. Oh, shit, du wirst abgeschossen. Oh, die. Hell, davon hoch. Oh, die. Oh, my God. Hey, T-Bot. Oh, das sind zwei Leute. Wie weird. Oder wurde ich direkt wieder down gesniped? Oh, die sind tot. Hier, vor uns. Holy. Beine. Oder hinten irgendwo. Ja, oben auf dem Berg. Ich treffe es denn ja niemals. Bitte sag, hier ist ein Spitfire. Es ist kein Spit, doch. Oh, Gott. Jesus Christ. Christ, ich geh mich kurz, äh... Ich geh mich kurz vollpumpen. Zieh mir Drogen rein. Hier. Do it. Die haben actually richtig schlecht gespielt. Oh, my God. Oh, my God. Hinter uns. Ja. Die sind immer noch da oben. Genau sind die. Ich seh sie nicht. Da. Ach, wir haben mich gehettet. Ich will jetzt da oben nochmal... 58. Ich will actually nach hinten wegzugehen. Oh, ich bin hier momentan. Also, die werden uns weiter pushen. Ich lass sie nicht schreien. Ich lass sie nicht schreien. Oh, ich bin hier... Oh, ich bin hier... Oh, holy. Ich habe das pushen. Okay, sie sind weg, oder? Sie sind weggegangen. Ich bin mir nicht sicher. Wie viel... was hast du für Waffen? Longbow Spitfire. Ah, hinter mir. Oh, hinter uns. Wo? Ich hab keine Ahnung, ich wurde irgendwie von hinten abgeschossen. Hast du gesehen. Das ist ein Gegner. 2? Ah, Frauen, meinst du? Jo. Oh ja. 96, tot. Ist sie tot? Also, den einen hab ich gehit genockt. Schön. Das ja... Ach, Digga, verwirrt mich diese Scheiß-Fähigkeit da von ihm. Da oben steht. Okay. Die Kiste fällt runter. Ganz weirder Fight. Mh-hm. Ich will echt nicht drüber reden. Oh, mein Gott, hat der viel Munition. Holy... Holy hat der viel Munition für Spitfire. Hast du ein bisschen was für mich übrig? Guck mal rein. Oh mein Gott. Ja, passt schon irgendwie. Zack. Hey, warte. Ah doch, das ist fine. Oh mein Gott, okay, nice. Ich hab strong stuff. Das wäre eigentlich brauche ich noch ein besseres Magazin für die Spitfire. Und dann wäre ich sehr zufrieden. Ich hab ein epische Schüsse. Das ist halt wieder schön. Boah. Alter, ich hab dem einen zwei Schüsse gedrückt, Junge. Einen 90er und einen 50er, Mann. Der war so tot. Ich liebe den Longbow. Das ist voll krass. Deswegen hab ich einen Assist. Der Longbow gibt einfach diesen fucking Headshot Damage und der ist... der ist so freut. Der war fast hier irgendwie rauskommt. Wir können ein bisschen laufen dann auch noch. Steps. Heuer da unten. Ja, ich glaub's. Ja, das hat gescannt. Da direkt hier zwei. Holy fuck. Warum sind die so scheiße? Holy fuck. Ich bin fast tot. Schön. Oh, hier ist ein episches Spitfire. Alter, ich dachte, ich werd noch mal angeschossen. Dabei waren die Sounds aus Discord. Oh man, nice. Ich hab ein Sniper. Oh mein Gott, mein Sniper ist buffed. Holy. Was ist das dahinter? Was ist das dahinter? Was ist das? 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 Ich hab' zwei mal. Okay, Shot. Ich bin nicht sicher, ob ich da hinten Schüsse gesehen hab. Boah, wir sind so frei, ne? Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Lass da rüber gehen. Ja. Auf demnächst. Auf demnächst Sniper Munition. Fällt mir auch nicht. 42. Aber bei 42 ist eigentlich nicht wenig. Je nachdem wie oft ich schieß. Das war hier mit Trin schon in dem Bunker. Ich geh mal kurz gucken, ob der Muni ist. Es sieht aus, als guckt niemand. Wait. Oh, da hinten sind welche. An dem Package. Wir schießen, ich schießen. Ja, ich war grad kurz davor abzudrücken. Die zwei Dreck. Immer noch. Wie egal, lass' ne Ruhe. Ja. Ja. So ne. Okay, lass' versuchen da hinzutraten. Bist nun nicht ganz schön weit. Ich will wieder außen rum gehen. Ja, ich bin auch so sehr gut durchgelaufen. Ich komme aber zu dir. Das ist nun grad richtig open field. Ja. Aber wenn wir da sind, dann haben wir es geschafft. Diese Aussage, wenn wir da sind, dann haben wir es geschafft. Cool. Nice. Okay. Tür zu? So, und jetzt ein bisschen chillen. Ja. Zu. Oh, okay. Aber trotzdem. Da war jemand. Glaube ich. Ich lass' die Tür zu oder hab' ich Angst? Oh ja, da tippeet sich wer. Ja, der tippeet sich wer. Ja, der tippeet. Ja, die sind. Sind hier safe da vorne jetzt. Ich war jetzt wo es die nächste Zone. Da vorne wo die sind. Geh mir? Okay. Ja, ja, ja. Ich hoffe, ich schaff mir das. Und das schaff mir safe. Ich hab' aber hoch. Ja. Wie viel es alles gibt? Das ist ein gutes Wort. Oh ja. Holy. Komm. So ein High-Gon ist wo das, ne? Wie gesagt, es hat hier ganz unauffällig. Ja. Ich hab' erst mal außerdem geschlagen. Wir haben halt... Ich hab' halt auch ne Sniper. Wenn man nicht dabei kommt. Pfeier, nice. Dann haben wir... ...verhältlich geile Polosen. Oder... Und wenn... Wenn die... Außer... Die schießen nicht außerdem push uns. Oder schieß auf uns. Jo. Dann lassen die... Dann fighten die erst mal und dann... Snacken wir ab. Mhm. Oder wenn die fighten, dann versuchen wir von hier oben mit unserem... Kranken Stuff. Ja. Ich guck' hinter uns, falls hinter uns wer dasselben Weg geht. Was? Du schaust da nach rechts. Das ist noch da. Du schaust hier schon. Ja, ja. Und ich schau' noch hier. Da. Ja, ja. Ja, ich danke der jetzt auch. Ja, ich danke der jetzt auch. Ja, ich danke der jetzt auch. Ja, der ist da drin. Ich werfe da jetzt ne scheiß Granate hin. Oh, da hinten, da, da hinten. Ganz da hinten. Äh, hier. Warte. 50. 50. Es hat runtergefallen. Oh, der andere, der andere steht. Ein bisschen 2-1, ne? Ja. Der andere ist da auf jeden Fall. Und der... Oh ne, es sind 3. Geil. Der eine steht noch da unten. Blauer Schild hat er nur. Angst vor den beiden da unten, actually. Bestanden müssen die anderen. Okay, ich sie sie. Dann werden meine Volt echt aufs, äh, scannen. Ich kann noch einmal zum Ende hin. Oh, die gehen hoch zu ihm. Die Fightnetze drückt. Äh, wir lassen die, 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 weg, 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 weg. Ja, ja, ich, ich, ich baller mir kurz Schild rein, okay? Ne. Ich hab nur noch die Max-Shield-Zellen. Nicht mal die kleinen. Luxusprobleme, Hauli. Soll ich scannen? Ne, ne, lass mal das und hib sie auf. Geh, scann mal. Oh, die Fightnetze. Warte, warte, wir stauben die ab. Wenn die rauskommen, fählen wir die Ball. Wir müssen hier auf jeden Fall raus, ja. Glaub ich nehme lieber die Spitfire. Ah, wobei. Da hat keiner mehr von den Schüttern. Oh, shit. Hauli. Die sind krank, den krank sachen. Ja. Tolle Schiebe, Alter. Oh, ich hab den 71 gegeben. What? What, what? Hinter dir Zone, Achtung. Ich leag. Was hat das denn? Warte. Jo. Mit was restst du mich eigentlich? Das ist so ein Ding, was du in den Face kannst. Oh, no. Kannst du mich heben? Warte, warte, warte. Ich bin bei ihm. Ich bin bei ihm. Ich hab so viel Damage gemacht in der Runde. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Holy. Wir waren echt gut. Du hast 800 Schaden und zwei Kills. Ich hab 1200 Schaden und vier Kills. Oh, ho, ho. Oh, 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 ho. Vielen Dank.